Machen wir weiter. Genau. Bevor irgendjemand irgendetwas sagt, ich weiß, ich kling verschnupft, ich hatte Grippe. Aber das macht nichts. Genau. Ich bin trotzdem ein vollwertiges Mir-Eher-Lassen. Pups, ist mir jetzt egal. So. Wir haben nämlich, wie sich einige vielleicht noch erinnern, beim letzten Mal diesen komischen Pflanzenzauber... Wieder zurück, was? Ja. Ich habe euch fehlen noch einige Schilde. Und deswegen gehen wir jetzt ein paar Schilde bunkern. Woran das mit den Pflanzen... Ich bin mir nicht dahinten. ...hiel lang, oder? Dahinten, oder? Kann auch sein. Ähm, nein, doch nicht. Nein, nein, ich bin schlecht. Ich weiß es nicht. Ah, wo bist du denn dann? Vorwärts! Äh, ging's denn? Hier ging's doch gar nicht weiter. Hier war doch Sackgasse. Ähm, stimmt. Das ist verwirrend. Was macht man hier mit den Zeilen? Ah ja. Genau. Und gegen Rennen und sich wehtun. Geh weg, ich will auch bohnen. Unten oder oben. Stab unten. Ah ja, ich denke, die nächste Kreatur wird dich interessieren. Ja. Interessieren? Interessieren? Das kann unmöglich was Gutes sein. Und du bist so eine Pussy. Nein, ich glaube, wir sind doch verkehrt. Nein, wir sind richtig. Sind wir? Ja. Ach, Shiva. Wenn ihr eine Mautzenkatze im Hintergrund hört, ignoriert sie. Das ist der Kater, der gerade vergeblich versucht, die Tür zu öffnen. Shiva, du bist unfähig. Du, wir stehen hier im Übrigen sowieso ziemlich falsch. So hauen wir uns höchstens den Stein gegenseitig um die Augen an. Oh, verumme. So hauen wir ihn gegen den Ramm. Das macht viel mehr Spaß, Findel. Gott, jetzt geht das Kreatur wieder los. Weil das beim letzten Mal schon so gut geklappt hat. Haha, ich bin ein Naturtalent. Was machst du denn da? Ich weiß nicht. Das Geräusch ist irgendwie eklig. Hm. Sploch. Wo zielst du hin, kleiner Vater? Aktio. Ich dachte, wir müssen da andere Seite. Ja, ich dachte, man käme da schon hin. Aber schon war nicht. Da hinten ist übrigens noch ein kleiner Schild. Lass uns den auch holen, wenn wir schon dabei sind. Wo dann? Da hinten. Ich da. Na gut. Aktio. Einer fehlt noch. Sollen wir den erstmal suchen oder holen wir uns jetzt den Großen? Nö, wir holen uns den jetzt. Yippie-Ka-Yay. Wir sind bewandert. Weißerhaft. Guten Appetit. Dankeschön. Ich esse totes Tier. Ja. Viel Spaß. Schneller. Ja, es ist echt ein bisschen nervig. Ja, schon klar. So, und jetzt? Ja, keine Ahnung. Hm. Was haben wir denn? Wir müssen noch im Badzimmer. Wir müssen noch ins Bad. Lass uns ins Bad. Ja. Ja. Oh nein. Die, 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 die. Hm. Schneller. Hm. Welche Fluch hat er, naja, ich will nicht die Flutkaskade. Ich will, hab ich den Dreifachfluch? Ich hab den Dreifachfluch. Den will ich. Toll. Oh, das Metalhead ist wieder da. Hi Metalhead. Hi. Ja, wunderbar. Und Ron ist eh egal. So. Wir gehen wieder ab. Achso, ja doch. Ich dachte gerade, man hat sich das Bad verändert. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich hab das Problem hatten ja letztes Mal auch schon. Ja. Ach ja. Wir sind richtig. Ron hat 30. Ringjardium Leviosa. Passt zu seinem Hirn. Oh, das fängt das wieder an. Oh je, kannst du endlich mal mit deinen Bohnen aufblenden, Ron? Genau. Gesellschaft. Kaufer des Rüstums. Siehst du, Stefft da auch, dass wir abwessen, dass er stimmig ist? Nein, er pupst zu viel. Ach ja, nein, ist ja der Bohnen. Das sind meine Bohnen, Ron. Die hat man mir abwissen. Diese Bohnen. Ja, und er gibt ihnen ein neues Zuhause. Ist doch nett von ihm. Nein. Nee, der Pädoyer gibt Kindern auch ein neues Zuhause. Hallo, mach mal eins. Nein, wir müssen da oben, glaube ich, erst das Ding wegdrehen. Ah, okay. Das ist ein Todesmodden. Ron geht mir voll auf die Nerven. Ja. Na warte, das hast du mir umsonst getan. Sieh du, ich versuche das Ding von dir abzuhalten. Ja, man sieht aber auch nix. Wenn man die ganze Zeit so einen blöden Teetopf im Gesicht hat. So. Perfekt. Kombi-Zauber. Ich glaube, Ron hat gerade eins aufs Dach gekriegt. Und das finde ich super. Was ist das denn für eine Superleiste da unten? Das ist die Superleiste. Hier sind direkt zwei. Wo ist noch einer? Hier rechts jetzt. Ich weiß nicht, wo man da hinkommt. Ach, da. Ja, stimmt. Was bringt uns das hier? Was ist das denn für ein goldenes Dingster, was da neben dem Topf steht in dem Kessel? Grafik. Keine Ahnung. Ich guck, da sind direkt zwei Schimmel. Ja. Das ist hier die Frage, wie man an den Links rankommt. Mit einer Kettensäge. Hier unten ist noch einer. Da machen wir diese Umwege. No. Weck. Ja. Ach. Wow, Ron hat sich ja mal nützlich gemacht. Aber was ist denn der Ars? Aber auch nur, weil er bohnen will. Ich glaube, Ron ist wichtig. Oh, das Ding müssen wir auch erst drehen. Mein Name ist Ron Weasley und ich habe ein Problem. Ach, und das Ding da hinten? Müsst du das auch erst drehen? Ich weiß nicht genau. Ich wüsste aber auch nicht, wie wir da hinkommen sollten. Na, außen rum. Na toll. Das hätte ja auch einfach sein können. Ja, ich glaube, wir kommen nicht hoch. Ach komm schon, das ist doch noch drei Meter Platz. Wir müssen erst alles drehen, bevor wir überall weiterkommen. Lego-Technik. Alles dreht sich, alles bewegt sich. War das gerade Harry, der da so ein komisches Autsch machte? Kann sein. Möglich. Macht er öfter. Splachs. Oh mein Gott, was ist das? Also ich finde das total gut, dass hier jetzt kein Gegner aufgetaubt ist. Haben wir schon mal kaputt gemacht. Aber müssen wir dieses Ding hier auch noch drehen? Äh, ich denke mal, schaden wird's nicht, oder? Wohin denn? Nach rechts. Achso. Genial. So. Groovy. Wo ist hier hin? Die sich nicht von uns anschließen lässt. Total aufschlag. Wollt ihr nicht die Treppe da runtergehen? Warum kann man diese Traumstatur nicht? Vielleicht haben wir die schon angeschlossen. Wir waren ja, glaube ich, schon mal, oder? Ja, da gibt's auch nix dahinten. Sicher? Mhm. Okay. Wann macht der einen Scheiß doch alleine, Ron? Das klang gerade so, als wir Ron von der... Nein! Von der Bucke zerquetscht wurden. Das wünschen wir uns öfter, aber es passiert einfach nicht. Okay, gehen wir doch noch mal gucken, aber ich meine, da wäre nix. Müsst ihr überhaupt gerade hin? Bist du das wichtig? Dir verschwindet öfter mal. Aber er kommt immer wieder. Guck, hier ist nix. Äh? Ja, das meinte ich. Okay. Aber wie kriegen wir das da oben noch? Feuchtelst? Warte mal. Wingardium Leviosa! Ich dachte, man könnte vielleicht den Tank oder so kaputt machen. Ich denke nicht. Äh, jetzt gehen... Geh mal. Wohin? Den Gang, oder? Ach, das klappt eh nicht, vergiss es. Da unten kommen wir jetzt jedenfalls rauf. Tun wir? Ja. Ah ja. Dann können wir das andere Ding drehen, aber jetzt wissen wir erst wieder alles hier... Oh, das blablabla... Blablabla... Hast du gedacht, du könntest dir einen direkten Weg nehmen? Nein. Na toll, Ron, du hast sie direkt hergelockt. Sehr gut. Ja, geschafft! Oh, eine Bohne. Es gibt doch wirklich nichts Besseres als diese Bohne. Doch, wenn du mal die Fresse hältst. Ach. Manchmal wollen die nicht. Nein, manchmal wollen die nicht. Dann kannst du noch so sehr auf den Knopf drücken. Äh, äh. So, und jetzt können wir das andere drieren. Nachdem wir die Viecher geflättet haben. Guter Kantron. Kriege ich das? Ich kriege es. Das bringt doch nichts. Ja, warte doch mal. Ich glaube, man kann den Tank hier schroten. Ich glaube nicht. Vielleicht hast du recht. Guck mal, da versucht sich gerade ein Felix in deinem Schubkarton bemühtlich zu machen. Man muss dazu sagen, der Schubkarton ist nur halb so groß wie der Kater. Ja, und er liegt jetzt nur mit einem Bein auf einer Ecke. Grandios. Diese Kater sind so cool. So, wie gehen wir jetzt vor? Gehen wir nochmal oben lang? Wir gehen jetzt hier. Und da haben wir zwei Schilde. Vielleicht können wir beide gleichzeitig nehmen. So, ich gehe dran vorbei? Ah, nee, da kommen wir eh nicht hin. Wie kommen wir denn da bloß hin? Da kommen wir nicht hin. Wir nehmen jetzt erstmal den. Ich möchte dann wieder... Wir haben wieder nach vorne und dann hinten rum. Nee, da ging es ja nicht rum. Doch, da war ein Messerfall im Weg. Ach so. Die hat die gerade weggeschoben. Okay. Also den ganzen Quatsch nochmal? Ja. Ja. Gut, dass das Spiel kein Backtracking beinhaltet. Das machen wir dann aber offscreen, oder? Ist sonst langweilig. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ron, du bist so eine Pussy. Oh je, kannst du endlich mal mit deinem Aufflern, Ron? Ja.